Was tut sich im deutschen Film? Ich freue mich sehr, dass der Regisseur Akkis auch hier heute ist. Dafür schon mal einen Applaus. Toll, dass du da bist. Genau, es gilt als eine der spannendsten Bewegungen im aktuellen deutschen Film, nämlich der neue deutsche Genre-Film ist ausgerufen worden vor vier Jahren von einigen Leuten, die auch so ein Parallelfestival zur Berlinale dann ins Leben gerufen haben, die Genre-Nale. Und mit denen in Kooperation zeigen wir jetzt auch den Vorfilm. Sie werden auch gleich den Trailer zu diesem Festival sehen, der sehr markant auf die Gegenläufigkeit zur Berlinale anspielt. Ich will da jetzt gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Und ja, diese Veranstaltung, das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon mal bei uns waren, sieht so aus, wir zeigen keine Werbung vorab, sondern eben einen Vorfilm. Dann gibt es den Hauptfilm und danach ist ein Werkstattgespräch geplant mit dem Regisseur und Ulrich Sonnenschein. Ulrich Sonnenschein ist Autor bei EPD Film, das ist der Kooperationspartner unserer Reihe, gleichzeitig Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Ja, also es lohnt sich unbedingt nach dem Abspann dann nachher sitzen zu bleiben, aber jetzt zunächst kündige ich Ihnen an, was wir Ihnen vorweg präsentieren. Also diesen Genre-Nale-Trailer gibt es und dann der Film Die Behandlung. Das ist ein Film, ja, der wurde uns speziell empfohlen von den Genre-Nale-Machern. Das sei der erfolgreichste Genre-Kurzfilm dieses Jahr aus Deutschland. Marvin Meyendresch hat ihn gemacht. Sechs Minuten dauert er, viel Vergnügen. Bis nachher. Das war jetzt musikalisch, zumindest noch der Gegenpol zu dem, was uns gleich erwartet. Begrüßen Sie bitte Akis, den Regisseur von der Nachtmach hier vorne bei uns. Herzlichen Applaus. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Du kommst ja jetzt auch gerade heute aus Ludwigsburg, wo du auch lehrst. Da hast du ja heute noch Seminar gehabt, oder? Ganz genau, um die Ecke quasi. Deswegen kann ich hier sein und ich freue mich, dass die Hütte hier so voll ist, dass so viele Leute da sind. Freut mich sehr. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade eben waren so Knackser zu hören. Ist da was mit der Anlage nicht in Ordnung, oder gehört das zum... Also wir haben eben noch deinen getestet, da solltest du eigentlich... Ansonsten darfst du das kontrollieren. Nein, aber direkt die Frage auch noch, du bist ja mit diesem Film der Nacht mal schon auf Tour gewesen. Die ganze Welt. Du hast richtig tolle Erlebnisse gehabt in Locarno, im Chinese Theater. Magst du uns ein bisschen was erzählen, was du schon so durchgemacht hast? Was ich durchgemacht habe? Na gut, ins Detail will ich nicht gehen. Ihr müsst wissen, dass der Film ein Film ist, der für kein Geld produziert worden ist und man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass er danach so das Licht der Welt erblickt, wie es dann der Fall gewesen ist. Und das ging mit München los und danach war Locarno, dann Toronto, Los Angeles, AFI, dann Rio de Janeiro und viele andere, London und Stitches und ich war immer mit meinen Leuten dabei und wir konnten es kaum fassen, dass da so unterschiedlich auch wahrgenommen wird. Alle haben es geliebt, das ist so ein kleiner Festival-Liebling geworden, was uns gefreut hat. In England zum Beispiel war Totenstille danach, aber sie sind beim CUNY bis zum Ende geblieben. Das war also dieses britische Understatement. In Rio de Janeiro haben die mit Popcorn auf die Leinwand geschmissen, sind aufgestanden in den Stühlen und haben die Mystik des Films besonders gefeiert und in L.A. glaube ich, war es eher die Exotik. Das ist Europa und Berlin ist für sie exotisch, glaube ich, das war für die besonders. Und ein ausverkauftes Chinese Theater. Ja, das war toll. Und noch dazu, auch das sei vielleicht erwähnt, nicht nur all diese tollen Festivals, sondern auch noch, es gab eine Zusatzvorstellung in Locarno. Also das kriegt ja auch nicht jeder Film. Das ist wirklich was Besonderes. Ja, aber ich will jetzt nicht mich und den Film so selbst... Das war ja das große Kino. Ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall hochverdient. Magst du uns noch was mit auf den Weg geben? Weil uns erwartet ja zum Beispiel eine durchaus etwas höhere Lautstärke. Ja, wobei, lasst euch da jetzt nicht irritieren. Also es wird immer über die Lautstärke von dem Film gesprochen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Aber das zieht sich nicht durch den ganzen Film durch. Also ich wollte jetzt nicht so einen Krawall, 90 Minuten Ding abliefern, sondern es gibt sehr dynamisch gemischt. Es gibt auch ganz, ganz, ganz leise Passagen, die mir ganz wichtig sind. Und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu verraten. Dann belassen wir es doch dabei. Und sage schon mal ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Danke euch. Applaus für Akis. Ja, und Ihnen wünsche ich jetzt viel Vergnügen mit der Nacht mal. Und wie gesagt, bleiben Sie danach sitzen, dann erfahren Sie noch mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Films. Begrüßen Sie den Regisseur. Applaus Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Schönen guten Abend auch von mir. Ich hoffe, der Film hat Ihnen so gut gefallen wie uns. Fangen wir gleich mal an mit dem Hauptdarsteller, dem Superstar dieses Films, einem kleinen Wesen zwischen Greis und Embryo. Wo kam diese Figur her? Ist die irgendwann dir im Albtraum erschienen? Nee, ist sie nicht. Ich muss dir auch widersprechen. Der Hauptdarsteller ist eine Hauptdarstellerin. Also ich finde, man redet immer gerne über das Monster. Würde mir vielleicht auch so gehen und Techno und harte Schnitte und Berlin. Aber ich finde, man mag den Film. Wenn man ihn mag, dann mag man ihn wegen der Karo. Aber du sprichst von dem Monster, wie es dazu kam. Das ist eine Puppe. Ich bin Bildhauer und Maler und habe angefangen 2001. Ich hatte die Idee eines Mischwesens zwischen ganz, ganz alten Menschen und ganz, ganz jungen Menschen. Also eine Mischung aus dem Kreis und dem Embryo. Und das war wirklich nur als Statue, als Skulptur geplant. Habe ich auch gemacht als Betonabguss. Das hat sich über die Jahre hin entwickelt. Aber warum kommt man auf die Idee, eine Figur zu entwerfen, die einen embryonalen Stadium und einen alten Mann kombiniert? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie das andere Künstler oder Filmemacher oder Geschichtenerzähler machen. Bei mir ist es so, ich bin die ganze Zeit von früh bis spät, wenn ich nichts zu zeichnen habe, dann sagt Knödel ich irgendwelche Servietten. Ich bin ständig dabei, meine Finger zu bewegen und es entstehen Zeichnungen. Und ich denke nicht wirklich groß drüber nach, was ich da mache. Das ist wahrscheinlich vergleichbar. Kennt ihr heute nicht mehr. Früher, ich bin in den 70ern, 80ern groß geworden. Da gab es noch ein Telefon mit Kabeln. Und dann gab es dann auch ein Telefonbuch. Genau, man konnte es nicht bewegen und dann hat man nebenher dann so diese Telefonkritzeleien gemacht. So ähnlich ist es für mich. Und dann ist irgendwas so spannend, dass ich dem nachgehe. Weiß aber auch nicht genau, was. Also deswegen habe ich, ich hatte nie in dem Moment gesagt, ich mache einen Film über ein Monster, was eine Mischung aus einem ganz alten und ganz jungen. Sondern es hat sich ja immer so entwickelt. Da waren Skizzen da, die ich spannend fand und die mich erinnert haben an eine Mischung aus einem ganz alten und ganz jungen. Dann baue ich das jetzt als ein Statuen. Modelliere ich. Ich weiß, es ist nicht die befriedigende Antwort, die du erinnert hast. Aber so ist es leider. Das Visuelle ist das eine. Und es gibt die akustische Ebene. Da ist es so ein bisschen zwischen Frosch und Raubvogel. Gibt es noch eine dritte Ebene, die man vielleicht erklären müsste von diesen Wesen oder vielleicht noch viele andere? Ja, also wir haben uns extrem viel Mühe gegeben, was die Sound-Ebene angeht. Also das war tatsächlich die Ebene, die am meisten Mühe und die meiste Präzision, wo ich den wenigsten Kompromisse gemacht habe. Und bei allem anderen, der Film ist, wie gesagt, für 80.000 produziert. Da war ständig ein Punkt, wo man sich sagen musste, das reicht jetzt, ist okay. 80.000 Euro, das müssen wir nochmal deutlich sagen, damit das auch ankommt. Und beim Ton gab es einen Dubs. Wenn es nicht perfekt war, dann sind wir nochmal drüber gegangen und nochmal, nochmal. Und besonders schwierig, eigentlich war alles relativ einfach. Was schwierig war, war das Geräusch von so einem Wesen zu entwerfen. Weil es der Klassiker wäre gewesen, man würde normalerweise im Horrorfilm, hat man eine Stimme von einem Schauspieler, pitcht die runter. Also man podiert die runter und hat dann den klassischen Horror, so wie bei... Gibt ja auch tolle Filme, District 9 zum Beispiel, das ist der klassische Monster-Sound. Und das war mir von vornherein bewusst, dass das nicht so sein sollte. Sondern so realistisch wie irgendwie möglich. Und dann fragt man sich natürlich so ein Wesen und fängt man an zu schätzen, wie viel wiegt es. Ich dachte, vielleicht 20 Kilo. Es hat keine Zähne. Der Sound einer Stimme ohne Zähne ist, habe ich gemerkt, auch anders, als wenn du Zähne hast. Also um es kurz zu machen, ich habe eine... Kennt ihr jetzt hier, war wie schon weg. Diese Pappröhren in der Mitte, habe ich dann so... So, und das war dann irgendwie irgendwann ein Moment. Ich kann es besser, wenn ich nicht aufgeregt bin. Dann war der Kokoburo, das ist ein australischer Vogel. Und ein Waschbär. In dem Mischung. Okay. Ich habe irgendwo gelesen, das erste Exemplar war aus Beton. Ja. Bist es dann aus... Der erste Abguss. Also man modelliert den Ton und dann zuerst und dann kommt... Wie viele 100 Exemplare gibt es von diesem Wesen? Ich habe es nicht erzählt, aber 100 nicht. Aber schon eine ganze Menge. Ja, ja, es gibt schon eine ganze Menge, aber ich habe die nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, 20 vielleicht. Also die letzte, am Ende des Tages waren es drei. Drei einmal mit Kabelzügen. Dann gab es einen zweiten Dummy, den immer dann, wenn sie läuft, hat sie den Dummy auf dem Arm, so dass keine Kabel hinten raushängen. Es war wirklich nur die Figur. Und ein dritter war mehr wie so ein Ersatzteillager. Der war als Backup, wenn irgendwas schief gehen sollte, hätte man es darauf zurückgreifen können. Und auf dem Weg dahin sind... Ach, ich habe es wirklich nicht... Ich weiß es nicht. Also es gibt doch auch einen, der nur so groß ist und schwarz. Ach so, den habe ich jetzt nicht mitgezählt. Das sind so kleine, das waren so kleine Marketten. Ich dachte, du redest von den Großen. Nee, ich meinte einfach überhaupt die Variationen dieser Figur. Also es kann vielleicht, ja, kann vielleicht 100 sein, weiß ich nicht. Ich habe es nicht alleine gesehen, aber ich habe es auch wirklich gedacht. Und ich habe es in vielen Rezensionen gelesen. Der Nachtmahl von Johann Heinrich Füssli. In Frankfurt kann man ihn im Goethehaus sehen. Das ist ein Wesen, was auf einem Schlafenden oder Toten, man weiß nicht so genau, Frauenkörper sitzt und den klassischen Alpdruck erzeugt. Also der klassische Albtraum. Wie nah bist du an dieser klassischen Albtraumvorstellung und wie weit weg wolltest du dich bewegen? Ich bin auf das Bild, kennt jeder. Auch wenn ihr es vielleicht nicht gerade präsent habt. Ich behaupte, es ist so wie Mary Monroe über dem U-Bahn-Schacht oder Che Guevara. Das ist ein ikonografisches Bild, was wir alle kennen, wenn wir Berichte von Sigmund Freud über das Unterbewusstsein lesen. Und das ist mir auch so gegangen, als ich das Buch dann hatte. Ich habe einen kurzen Moment gerade übersprungen. Ich habe viele, die Figur habe ich gebaut. Und das hat sich weiterentwickelt. Und das über diese Jahre hin, wo ich teilweise auch nicht daran gearbeitet habe und es sind immer mehr Skizzen entstanden und die hatte ich irgendwo vor mir liegen. Die waren alle nicht im Hinblick auf einen fertigen Film gedacht, sondern eigentlich nur als Fragmente, die mir irgendwie so eingefallen sind dazu. Die habe ich zusammengefügt. Und da ging es mir ähnlich, wie es euch wahrscheinlich jetzt ging. Also irgendwie, ihr sitzt ja alle noch da irgendwo. Es scheint das für euch interessant zu sein. Mir ging es eh nicht so. Ich fand das alles spannend, wusste aber nicht genau, was das bedeutet. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und da habe ich die Begriffe Traum, Unterbewusstsein. Traum, Unterbewusstsein, Schlaf, glaube ich. Angst. Angst. Weiß ich nicht, ob ich es eingegeben habe. Aber das hätte wahrscheinlich das gleiche Ergebnis gebracht. Und da kommt bei Google Bilder, das erste Bild ist eben dieses von Johann Heinrich Füßel. Und das kannte ich aber schon. Mir ist nur der erst wieder bewusst geworden. Das Bild heißt der Nachtmauer und da habe ich mir den Titel einfach übernommen. Ich habe aber nicht die Geschichte geschrieben mit dem Bild im Hintergrund. Zumindest nicht bewusst. Beantwortest du die Frage? Ja, du bist selbst ursprünglich bildender Künstler, auch immer noch bildender Künstler und Filmemacher. Die bildende Kunst und der Film haben ja immer wieder versucht, so eine Art Ehe einzugehen mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Ich würde mal sagen, die bildende Kunst hat davon mehr profitiert als der Film. Wie siehst du das? Siehe ich nicht so. Also, wir haben jetzt gerade eben über Kubik lang geredet. Ich weiß nicht, wo ich 2001 ein... Ich kenne diese Trennung. Ich weiß, in Deutschland ist das Unterhaltung ist Film und Kunst ist Kunst. Und Kunst sollte nicht unterhaltsam sein, sondern sollte sperrig und streng sein. Und Unterhaltung sollte nicht künstlerisch sein. Und wer es wagt, das zu verschränken, der frägt nach Problemen so ein bisschen. Und ich finde aber mein größtes Vorbild, ihr werdet es bestimmt auch gemerkt haben in dem Film, ist David Lynch, Kubrick, Gaspar Noé zum Beispiel. Und das sind meiner Meinung nach... Ich kann nicht einordnen, ob das Kunst ist und Unterhaltung. Das löst sich da auf für mich. Und ich... Was war denn... Du hast gesagt, das ist meistens zu Lasten vom Film. Nein, nicht zu Lasten, sondern ich glaube, die bildende Kunst hat davon mehr profitiert, von dieser Ehe zwischen bildender Kunst und Film. Und Film ist ja eine Kunstform wie jeder andere, wie Literatur, Musik und Tanz. Ich weiß nicht, warum das dieses Bastard-Dasein soll. Das gilt ja als Trash oder als billig. Oder wird es auch gern. Na, ist doch so oft, ne? Also um das noch zu untermauern, würde ich, wenn du sagst, deine Vorbilder, Kubrick, David Lynch, würde ich sagen, visuell auch Steven Spielberg mit E.T. Inhaltlich, ja. Stilistisch wohl eher nicht, glaube ich. Nein, zumindest in den Krankenhausszellen. In den Krankenhausszellen? Na, in diesem Krankenhausszelt, wo er da untersucht wird. Nein, 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 es gibt ganz, ganz viele. Es gibt ganz, ganz viele Referenzen. Und die kann ich dir ja im Nachhinein auch erst aufzählen. Auch das ist mir erst bewusst geworden. Beziehungsweise hat mir jemand gesagt, der das Buch gelesen hat, der hat gesagt, für ihn sei das E.T. auf Pille oder E.T. auf Unterdrucken. Ja, es ist eine schöne Hommage zumindest an das, was E.T. auch hätte sein können. Und ich habe E.T. als 8, 9, 10-Jähriger gesehen, als erster großer Film auf der Leinwand. Oder zweiter, der erste war Yellow Submarine. Da war ich ganz klein, war extrem irritiert. Und der zweite war dann E.T. und der hat mich tatsächlich nachhaltig beeinflusst. Und da, also vor allen Dingen, eigentlich der Moment dieser Seelenverwandtschaft oder wie er es auch aus der Quantenphysik, wenn man kennt, verschränkte Teilchen, die getrennt werden. Also da gibt es, ich weiß nicht, wer E.T. jetzt gerade präsent ist. Es gibt im Moment E.T. ist zu Hause am Kühlschrank und trinkt ein Bier. Und E.T. ist in der Schule und wird besoffen. Zur gleichen Zeit. Und das hat mich als Kind, das jetzt mal als 10-Jähriger davor, und denkt sich, mich hat das umgehauen. Ich hatte sich sehr, sehr lange beschäftigt. Aber ich habe auch das wieder, nicht den Film im Hinblick auf das geschrieben, aber es hat sich, es ist da eingeflossen. Und viele Szenen, zum Beispiel auch David Lynch, ist mir auch erst, als der Film fertig war, auch als er gemischt war, aufgefallen, dass ich eins, sonst die Szene geklaut habe von Mulholland Drive, wo die zwei Security-Beamten nach Hause kommen und gucken, was da los ist. Und das ist eigentlich eins, sonst die gleiche Szene. Das ist, ich glaube, wir Künstler sind nicht so göttlich, dass wir alles aus dem Himmel nehmen. Wir nehmen es tatsächlich aus dem echten Leben, aus dem, was wir sehen und auch aus anderen Filmen sehen. Und mir war es oft nicht bewusst, was ich da, wo ich mich bedient habe. Der große Unterschied zwischen dir und Steven Spielberg ist, dass Spielberg einfach hingehen konnte und sagen, ich möchte diese Figur gerne so und so bewegt haben. Du musstest diesen Mechanismus selber herstellen. Was hast du da gemacht, um Bewegung in die Figur zu kriegen? Also auch minische Bewegung? Oh, technisch. Ja, technisch. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich würde es auch nie wieder machen. Das ist eigentlich eine Kunst für sich. Modellieren fällt mir sehr, sehr einfach. Die Figur habe ich tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, also ich habe immer wieder von vorne anfangen müssen. Am Ende waren es zwei Tage, als ich die Figur fertig modelliert habe in Ton. Aber das Abgießen und die Feinmechanik, die ich zum Beispiel auch nicht selber gemacht habe, da haben mir Leute geholfen. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Das ist kompliziert. Und die Technik habe ich mir auch geklaut. Die habe ich aber bewusst geklaut. Da habe ich damals in Los Angeles gelebt. Du hast die Dokumentation gesehen, da hast du die Aufnahmen gesehen. Am Strand habe ich gelebt, habe mit Epoxidharz, mit Surffieberglas-Materialien, so Abgussformen gemacht. Und ein Kumpel kam mich besuchen. Wir hatten damals diese kleinen Mini-DV-Kameras. Und eine Freundin hat eine MTV Europe-Pässe gefälscht. Und wir haben beim Jim Henson's Creature Shop behauptet, ich sei ein berühmter Ausdeutschland, man würde eine Dokumentation über mich machen. Und in Wirklichkeit haben wir da Werkspionage betrieben. Ja, wirklich. Die Aufnahmen kommen übrigens auch in der Doku, die dann im Sommer. Gott sei Dank ist Jim Henson tot, sonst würde er dich verklagen. Nein, es war eine Werkspionage für uns, aber de facto waren es einfach. Aber ich habe keine einzige Schraube da mitgehen lassen, sondern nur Ideen. Nein, nein, nur Ideen. Und dann letztendlich die Technik, und so wird die Figur auch bewegt, das ist letztendlich wie eine Muppet-Show-Figur. Das ist mit Stäben, mit Kabelzügen, die wegretischiert worden sind. Da ist nichts elektrisch dran. Nein, elektrisch ist gar nichts dran. Das ist alles, also ich habe eine Lunge reingebaut, einen Ballon, weil mich das immer gestört hat, bei all den Kreaturen, die man so kennt, dass sie tot sind. Ich habe immer das Gefühl, da fehlt was. Ich spüre es, ich weiß nicht, ob ihr es, ich behaupte, dass man es eigentlich nicht wirklich sieht, dass das so leicht atmet und ein leichter Impuls drin ist. Und die Zunge, zum Beispiel habe ich mit meinem iPhone gefilmt, da war ich im Schneiderraum, habe eine ähnliche Lichtsituation hergestellt, das abgefilmt und haben dann Freunde von mir reingebaut, diese Rasierkling-Szene zum Beispiel. Also es ist alles so, man nimmt was da ist irgendwie, dann hat man keine Kamera, dann nimmt man ein iPhone, dann nimmt man das auf und man hat Baudenzüge vom Fahrrad, die sind dann hier so für die Finger benutzt. Das ist alles so semiprofessionell, würde ich mal behaupten. Diese Figur hat mit dir und deiner Familie gelebt, über 15 Jahre. Verschwindet dann der Grusel oder gruselt es einen immer noch, auch nach Jahr und Tag? Nein, eigentlich war da nie ein Grusel da. Also ich habe, meine kleine Tochter hat mir damals sogar, so wie die ersten, wirklich der allererste, war aus Plastilin, da hat die mir mitgeholfen. Was heißt mitgeholfen? Die hat dann immer gefüttert mit Knetbatzen, so und ich habe, also das war nie ein Grusel da. Was mir aufgefallen ist, auch was ich, wie gesagt, ich habe in Amerika damals gelebt, dann auf dem Strand, also weil wir ganz kleine Strandhäuschen hatten, draußen gearbeitet und die Amerikaner, so Kalifornier, so charmant und offen, sie sind, kommen dann her und finden das alles spannend, in dem Moment, wo sie aber die Eier gesehen haben, sind die zurückgezuckt und fanden das, widerlich. widerlich bewerfen kann. Aber für mich war das, man fängt dann oben an und geht dann weiter und irgendwann mal ist man unten und hat dann die Geschlechtsteile modelliert, ohne dass es irgendwie eklig oder die Haut, wollte ich, dass die eklig ist und die hat so dieses, da habe ich lange überlegt, ob ich Fell machen sollte, was ich auch mir gefallen hätte, aber das wäre dann wirklich zu niedlich geworden. Da habe ich dann, meine, meine nach. 15 Jahre ist eine lange Zeit. Der Amerikaner würde sagen, what took you so long? Wieso hat das so lange gedauert? Man muss es ein bisschen zusammenstauchen. Also es sind nicht 15 Jahre, es sind jetzt 15 Jahre, aber der Film ist ja gedreht worden 2013, also es sind schon mal nur 13 Jahre. Und dann sind es von der ersten Modell bis zum Drehbuch, waren es neun Jahre, auch deswegen, weil ich andere Projekte gemacht habe und mich nicht, jahrelang teilweise war das nur in der Kiste, aber ich habe mich um andere Dinge kümmern müssen und dann war es dann doch relativ lange zwischen 2009 und 2013. Das war einfach, weil ich versucht habe, das zu finanzieren, das Ding. Und das hat einfach irgendwann mal, man hat mich so frustriert und so eine Wut auch in mir losgelöst, dass ich dann immer gesagt, jetzt machen wir es in jedem Fall, egal wie. Und es gab damals die Canon, die EOS 5D Mark II raus und das war eigentlich im Prinzip das. Mit der wir es dann de facto dann doch nicht gedreht hatten, weil wir zwei Wochen vorher dann eine Chance hatten, die Sony F550 zu bekommen. Aber das war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wir machen das jetzt. Ich kann nicht, wenn ich jetzt das, ich kriege kein Geld, das habe ich schriftlich von allen Instanzen bekommen, dass es keinen Sinn macht, dass sich niemand dafür interessiert. Und wenn ich das dann fallen gelassen hätte, wäre alles umsonst gewesen. Deswegen, das war eigentlich so der Startpunkt. und de facto daran gearbeitet, waren das jetzt nicht 13 Jahre. Es gab, glaube ich, 45 Drehtage? Nein, das waren 21. 21. Ich bin schlecht mit Zahlen. Wichtig ist aber, wichtig ist aber, dass du bis zu dem Beginn des Drehs quasi das letzte Hemd verkauft hast, um überhaupt Geld zusammenzukriegen und sogar deine Wohnung aufgegeben hast und in einen LKW gezogen bist. Also ist das tatsächlich die Grenze dessen, die man erreichen kann, wenn man schöpferisch tätig sein will? Ja, wobei ich das, ob das die Grenze ist. Also ich war tatsächlich an dem Punkt, da wurde mir, ich habe dann, die Familie hat dann auch nicht mehr bei mir gelebt. Die sind dann aus Südtirol in die Berge gezogen. Ich konnte nicht Hartz IV beantworten. Ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist. Aber ich habe dann im LKW gelebt, irgendwann mal nachts im Görlitzer Park stand, das dann im Winter und es ist ohne Strom und Heizung war. Es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Irgendwann hat hier auch mal jemand die Reifen zerstochen. Das war der Punkt, genau, das war der Punkt, wo ich dann davor stand, kam nachts um zwei nach Hause zu meinem LKW. Das war so ein Militärtruck aus den 60er Jahren und der stand wie so ein havarierender Wal, stand der so schief irgendwie. Und das war ein furchtbarer Anblick. Ich dachte, alles, was ich habe, ist nur noch das. Und das ist nichts mehr geblieben und wie weit muss das jetzt noch gehen, im Prinzip. Und dann bin ich, die Nacht war ich im Prinzip wach, konnte auch nicht schlafen, weil ich immer so runtergerollt bin. Und am nächsten Morgen bin ich dann zu Dussmann gegangen, das ist eine Buchhandlung, und habe mir Musashi, Hagakure, Sun Tzu, Machiavelli, Klausel, jetzt tagelang wirklich nur noch wie Matrix alles reingezogen, wie man strategisch an die Sache rangeht und das, und nur noch alles, jetzt alles auf einen Punkt, jetzt wirklich alles nur noch auf diesem Punkt, es gibt keinen Weg mehr zurück, alles was ich, und die Strategie der alten, der alten, der alten, der alten Strategen ist, dass man sich zuerst mal anguckt, was man hat, bevor man in den Krieg zieht oder was überhaupt, bevor man ein Ziel angeht, und das glaube ich, ich habe die Figur, ich habe mein Talent als Filmemacher, ich habe meinen Freundeskreis, ich habe kein Angebot mehr gehabt als Regisseur, und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das, und jetzt setzen wir alles auf eine Karte, und das war eigentlich so die, der Moment, wo ich, ja, den es vielleicht auch gebraucht hat, wahrscheinlich irgendwie. Also eigentlich gehört Klausel Witze auch in den Abspann, neben der großen Familie Bornhack, die ja quasi komplett in der Danksagung stehen, die waren auch alle irgendwie involviert. Ja, meine Töchter haben zum Beispiel dieses, die können sich erinnern, die Szene, wo die Kleine aufwacht und runter geht und den Nachtmacht in die Küche, da ist so ein Sitcom im Hintergrund. Das war meine Töchter zum Beispiel. Und die haben auch Puppe mitgespielt, und also halt, so. Und in diesem Making-ofs, nenne ich es jetzt mal, diese Dokumentation, sagst du das, im Prinzip war das so ein, so wie so ein Happening. Manche Leute kamen vorbei, halfen für einen Tag mit, gingen wieder, dann kamen andere. Deswegen ist der, deswegen ist der Abspann so lang. Der Abspann ist gigantisch. Der Abspann ist, der ist mir fast schon peinlich, weil irgendwie, ich musste den Song, sogar noch loopen am Ende, damit er, das ist für mich wie Herr der Ringe irgendwie. Und das ist, wenn man bedenkt, dass keiner Geld bekommen hat dafür und alle, und das war tatsächlich so, dass Leute gekommen sind, nach einer Woche, wurden es immer mehr, hat sie umgesprochen, dann gab es aber Tage, wo wir, ich habe mir meine Regieassistentin, ist ja irgendwo, wo sie, da, was hast du alles für Positionen gehabt? Ich glaube sieben, also ich habe sie mit der Angel gesehen, Fokus Puller. Am Anfang war ich Produktionsassistentin, habe die ganzen Komparsen gesucht und auch Motive mitgesucht und dann, was war das alles? Ja, ich war da zweite Regieassistentin, offiziell, da bin ich mal für den Ton eingesprungen. Du hast auch, ich habe dich gesehen, mit dem Mixer warst du so, Tonassistentin, dann kurz Kameraassistentin, da hast du dann aber schnell eingegriffen, gesagt, kann das mal jemand anderes machen? Aber das waren Tage, wo wir wirklich, glaube ich, nur zu dritt oder zu fit waren. Ja, da sollte ich diese Fernbedienungssteuern, mit dem, Fokus, den Full Fokus. Ja, genau, habe ich aber vorher noch nie gemacht, genau, ging nicht und keine Ahnung, was war alles noch alles? Ich glaube, fast alles außer Maske und Kostüren. Ja. Ja, so ist der Film entstanden, genau und deswegen ist dann auch der Abspann so lang geworden. Und wie kam es zu Wilson Gonzalez Ochsenknecht? Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist ein, es spaltet wirklich und ich verstehe viele Leute, ich habe ihn, ich kenne ihn, ich kenne ihn aus dem Nachtleben und ich mag ihn wirklich gerne, ist ein wirklich, wirklich guter Kerl, ist anders, als man vermutet, wie er in seiner öffentlichen Wahrnehmung ist und ich hatte, das war, ja, das war eben auch, das war einfach ein Freundeskreis von Leuten, die da mitgemacht haben und das hat da einfach gepasst. Also du hast ihn sozusagen gecastet oder war er sowieso immer in der Gegend und kam mal vorbei und hat sich die Haare lila gefärbt und hat gepasst. Dieser Nachtmar, der ist ja nicht nur eine konkrete Figur, hier bei dir eben sehr konkret, er bleibt auch eine symbolische Figur, also er bleibt ein Symbol für Angst, für das Unbewusste, für die Seite, die man an sich selbst nicht kennt oder nicht mag und er steht im Film ja auch für einen Moment der sexuellen Erweckung und einen Moment der Regression. Also sie kommt quasi in ihr Elternschlafzimmer und sagt, kann ich bei euch schlafen, was ja für eine 17-Jährige doch eigentlich eher untypisch ist, hat aber auf der anderen Seite diese ersten Momente von Sexualität. Also diese sexuelle Komponente ist da auch drin. Das hat mir jetzt vor kurzem ein Mädchen hat das auch so interpretiert, ich sehe es nicht so. Ich finde es aber richtig und wichtig, dass die Möglichkeit besteht, dass man das so interpretiert. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, mir war es ganz, 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 ganz wichtig, dass der Film einem die Möglichkeit gibt, es selber seine eigene Assoziation und Interpretation davon, dass es offen bleibt, weil die Filme, wenn wir jetzt gerade über 2001 reden oder die David Lynch-Filme, die funktionieren so. Ich habe sogar bewusst Sachen rausgenommen. Also eine Geschichte war, als meine Agentin das Buch zum ersten Mal gelesen hat, hat sie gesagt, Junge, du tust dir immer so, als ob das hier alles ein Rätsel sein soll und es ist doch offensichtlich, wofür dieses Monster steht. Das symbolisiert Bulimie. Und dann habe ich das nicht verstanden. Und sie meinte, ja, es ist doch klar, die lebt in dieser Welt, sie ist ganz, sie ist gärtenschlank, das Wesen ist dick und fristig, von früh bis spät. Sie füttert es mit Junkfood. Und es gab sogar eine Szene, diese Szene, wo die Mädels auf dem Klo sind und koksen, war eigentlich mal im Buch geschrieben, als eine Szene, die gleiche Dialog, gleiche Handlung, gleiche Inhalt, gleiche Auseinandersetzung, aber in einem Einkaufszentrum, wo sie essen und dann ganz, ganz, selbstverständlich hinterher nebensächlich, so wie sie ganz nebensächlich das Koks reinzieht, kotzen sie. Und das habe ich rausgenommen, weil ich eben nicht wollte, dass man das so, dass man, also ich wollte keinen Film über Bulimie machen. Und das andere war Interpretation, dass das ungewollte Schwangerschaft ist oder eine Abtreibung, was natürlich auch funktioniert, weil du es von Anfang an, es geht eigentlich um, das erste Bild ist ja ein Embryo im Prinzip. Und so gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und das war mir wirklich wichtig. Und das war aber gleichzeitig das Problem in der Finanzierung, weil die Leute mich, Produzenten, gefragt haben, was soll das? Also wo fahren die am Ende hin und wo kommt das her? Und was ist der Grund für das Ganze und wofür steht das? Und ich habe das von David Lynch gelernt, der auch in Interviews gesagt hat, er weigert sich, seine Interpretation preiszugeben, weil damit würde das die offizielle Richtige sein und alle anderen wären falsch und man würde damit alles kaputt machen. Dieser Film ist ja ganz stark das, was von ihm visuell wird. Also er erzählt seine Geschichte in Bildern, mehr als in Worten und du hast gerade gesagt, Erklärungen liegen dir nicht und das gibt der Film auch nicht her. In dem Moment, wo erklärt wird, wird es furchtbar. Also bei dem Abendessen beispielsweise, wo der Vater die Situation der Tochter dem Gast, seinem Chef wahrscheinlich sogar oder seinem Mitarbeiter erzählt, wird es ganz peinlich und unangenehm. Also misstraust du der Sprache? Boah, du stellst vor allem in mir, misstraue ich der Sprache? Ähm, mir fällt das Sprechen schwer. Ja, es ist, es ist, ich tue mich schwer mit Lesen, ich lese extrem langsam. Es ist nicht meine, es ist nicht meine Stärke. Das ist es, wenn es das die, wenn das die Frage ist, dann, ich bin ein Misstrauen, wie kann ich eine Sprache misstrauen? Ich meine, wir haben uns auch, wie kann man im Bild, also wir haben vorhin über Rupert Sheldrake und Ralf Abraham gesprochen, ich habe mit, es wurde oft die Frage gestellt, am Anfang, dann aber vom Team nicht mehr, was ist das jetzt real oder ist das geträumt? Für mich und für meine Hauptdarstellung war von ersten Sekunden bis zur allerletzten Sekunde alles real. Und ich finde, ich finde auch, dass es, wir haben alle das Konzept der Realität, so, aber dadurch allein die Tatsache, dass diese Augenbewegung, die du gerade darüber gemacht hast, hat eine Bruchteil der Sekunde gebraucht, bis sie meine Augen getroffen hat und wieder, bis es die Neurotransmitter an mein Bewusstsein geleitet hat. Insofern sieht niemand von uns kann Realität wahrnehmen. Wir sehen immer das Echo der Realität. Insofern macht es, allein deswegen schon ist es, finde ich, allein deswegen und dann auch die Tatsache, dass wir es immer nur aus einem Blickwinkel sehen können. Und das gibt so, also es ist schwer, über Realität zu sprechen und deswegen auch die Bilder, traut man der Sprache, traut man den Bildern, traut man den Geräuschen, wenn wir in den Himmel gucken. Wir sehen Sterne, die leuchten, die schon lange nicht mehr existieren, weil es Millionen Jahre braucht, bis das Licht zu uns kommt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade in der Antwort verliere, aber ich würde der Sprache nicht unbedingt mehr misstrauen, als ich den Bildern misstraue. Macht das Sinn? Ja. Also dieser Film ist ja in einer herrlichen Art und Weise auch altmodisch. Also man hätte diesen Nachtmaier auch Computer generieren können. Ich bilde mir ein, ich sehe den Unterschied, ich weiß nicht, ob das so ist. Es ist auch egal, ob ich mir das einbilde oder nicht, es hat für mich eine Physis und er bezieht sich damit auf eine Tradition von mir aus, vom Golem bis zu Füßlis Nachtmaier. Auf der anderen Seite ist er ungeheuer gegenwärtig, spielt in der Berliner Club-Szene, ist laut, blitzend, temperamentvoll. Das ist ja fast ein Kontrast, das zusammenzubringen. Stimmt, ja. Kostet Kraft, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich habe, also meine, also wie jeder, ich weiß nicht, ob jetzt hier Filmemacher, Künstler oder Geschichtenerzähler unter euch sind, aber jeder, der einen Beruf ernst nimmt, so geht es zumindest mir, behaupte ich, geht dem Weg und guckt, wer vor einem da war. Und da geht man natürlich zurück und guckt sich, wer hier Geschichten erzählt hat. Und das Spannendste, fast schon Heilige ist, wenn man, sind die Märchenmythen und Sagen, weil die nicht mehr geschrieben worden sind von einzelnen Künstlern, die ein Konzept oder eine Idee hatten oder von der Firma, die ein Marketingkonzept hatte, sondern es ist von der Menschheit geschrieben worden. Und dadurch ist das irgendwas ur, 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 ur menschlich, also was mehr ist als nur ein Mensch. Und das ist eigentlich zu allen Zeiten adaptiert worden auf die jeweilige, also auch der Nachtmall, der damals fühlte, 1780 war das, glaube ich, wann er das gemalt, irgendwie in der Zeitraum herum, ein bisschen später, 1810, glaube ich, war es irgendwie. Da, 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 war das auch schon, gab es das auch schon vorher. Ich habe auch gerade erfahren, vorgestern, dass Romeo und Julia auch nicht Shakespeare erfunden hat, sondern es ist eine, es ist eine griechische Sage ist, die ich mir aufgeschrieben habe, die zwei. Also jeder, viele Geschichtenerzähler nehmen alte, archetypische Strukturen und erzählen sie in der heutigen Zeit, von der ich authentisch erzählen kann. Und das braucht nicht wirklich Kraft, das ist einfach, das ist eigentlich relativ leicht, weil das ist alles da, die Clubs sind da, die Leute sind da, es wäre schwierig gewesen, das in die alte Zeit damals zu transponieren, dann hätte ich alles herstellen müssen. Ja, man hätte natürlich sich auch fernhalten können von all dem, was Szene ist. Also du mischst quasi Berlin Crawling mit E.T., mit dem Nachtmall von Füssli und dem Golem. Ja, ja gut, aber es ist mehr, also für mich ist es, für mich ist es eigentlich wirklich mehr, ich wundere mich tatsächlich, dass man so, so viel über das Techno-Element oder dieses Clubbing-Element spricht, das ist eigentlich mehr das Hintergrundrauschen von dir, das ist eigentlich diese Welt, in der sie sich bewegt, aber es ist nicht wirklich Thema des Films, es ist eigentlich so wie die Tapete für mich im Hintergrund, natürlich drängt sie die Musik so in den Vordergrund, weil sie uns in die Wahrnehmung Zustand bringt, den die Protagonistin ist, aber ansonsten hat es eigentlich nicht wirklich in irgendeiner Form eine Relevanz, meiner Meinung nach. Also ich habe in dem Interview mit Karolin Gensko erfahren, dass ihr im Oktober gedreht habt, diese Schwimmbadszenen im Oktober, stelle ich mir nicht angenehm vor, das heißt, das war dir ungeheuer wichtig, diese Szene zu haben, sonst hättest du bis zum nächsten Sommer gewartet oder hättest du das Ganze in der Turnhalle spielen lassen. Stimmt. Gut, also das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit, über den Zaun klettern, in den öffentlichen Schwimmbad gehen, da feiern, wir haben es nie so laut und nie so große Stroboskop-Effekte gehabt, wie in dem Film, aber da habe ich aus eigener Biografie habe ich da mich bedient. Ich fand auch, mir ist wichtig, und das sehe ich selten im deutschen Film, dafür kriegt man auch Ohrfeigen von vielen Seiten, dass eine Sexiness in dem Film drin ist, eine physische, also dass er körperlich ist. Was auch in der Urinierszene zum Beispiel deutlich wird. Ja. Die Szenen, die sonst immer ausgeblendet werden. Die Szenen, die immer ausgeblendet werden. Und ich habe da auch, da war eine, das von Weiß Magazine, Weiß Magazine präsentiert diesen Film, was eine riesengroße Ehre ist für mich, weil die gehören für mich zu den kontroversesten, visionärsten Plattformen, die es eigentlich gibt. Eine Journalistin war höchstgradig interessiert an dem Ding, die haben auch Broadlay, was eine feministische Plattform davon ist, und die hat mich gefällt, sie fände den Film toll und alles wunderbar, ich kann das gut nachvollziehen, aber diese Piss-Szene, ein Typ in meinem Alter, der eine junge Frau und ich muss mir, aber ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so fragwürdig, weil es ist, ich habe meinen allerersten Film in der Auftragsproduktion, da pissen die Jungs die ganze Zeit irgendwie, das ist einfach so, es gehört zum Leben dazu, es hat nichts, das hat nichts, für mich hat diese Szene, da fängt es jetzt glaube ich an, wo ihr euch denkt, so Junge, jetzt überinterpretiert das Ganze nicht, aber für mich ist das wie ein Fruchtwasser, was eigentlich da rausfließt. Und dass es auch zwei Spuren sind, passt zu dieser Dualität im Film, wo ständig zwei Security-Beamten, zwei Freundinnen, zwei Eltern, der Unfall passiert zweimal, es ist ständig passiert Dinge, zweimal sie geht, zweimal runter in den Club, in die Küche, sie existiert zweimal, einmal sich, zweimal im Schwimmbad eine Party, zweimal im Schwimmbad eine Party und da sieht sie es zum ersten Mal, für mich hat das eher so etwas Geburtsartiges irgendwie so und ich finde da nichts Perverses dran, also ich finde Frauen pissen genauso wie Jungs pissen, das ist so, nur dass man, die kann man da nicht drauf halten. Es bleibt eine Provokation natürlich. Ja, aber auch nur deswegen, weil man es nicht so oft gesehen hat, aber es ist eigentlich, was ist daran, also ich, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was daran jetzt provozierend ist. wenn es zu juristisch wird, ich finde es auch nicht so, ich finde es auch nicht so, ich finde es auch nicht gestört und ich mag das auch nicht, wenn es zu juristisch wird oder so. Wenn es was wird? Wenn es zu juristisch wird, das habe ich überhaupt nicht so empfunden, überhaupt nicht, muss ich auch sagen. Also vielleicht ein Problem war anders? Nee, auch nicht eigentlich. Das ist eigentlich Uni, das war, das hat eigentlich eher was mit den Leuten zu, also was mich, was mir wichtig war, wenn man jetzt über Frauenfiguren und die Darstellung von Frauenfiguren redet, was mir eine riesengroße Ehre war, wurde ich von jemandem in einer Q&A-Situation wie jetzt verglichen mit Melancholia, also mit den Lars von Trier Filmen, wo ich dachte, wie kann jemand mich da auf dieses Level heben? Das ist eine riesengroße Ehre. Meiner Meinung nach ist der himmelweite Unterschied jetzt nicht nur die Popularität dieses Regisseurs, sondern die Darstellung der Frauen. Mich interessiert Opfer nicht. Und sein Frauenbild ist eigentlich eher... Das ist gruselig. Ich mag das, ich kann es nicht ertragen. Ich habe auch Breaking the Wave. Ich übergebe gleich an Sie. Eine Sache will ich doch gerne eben fragen. Am Anfang gibt es Bewarnung, laut und grell und kann epileptische Anfälle auslösen. Ich weiß, dass du eine eigene Krankheitsgeschichte hast. Ist die auch ästhetisch im Film eingeflossen, diese Erfahrung von epileptischen Anfällen? Wobei ästhetisch weniger. Ich war Epileptiker, bis ich 20, 21 war. Da hatte ich eine Nahtoderfahrung von 45 Sekunden und das, glaube ich, ist das Gefühl. Das Gefühl, in der Schule, vor der sitzt die Klassenschönste und man plötzlich macht es so und man wacht auf und alle stehen um einen rum und gucken einen an, als wäre man ein Freak. Das Gefühl, man denkt sich, es ist doch alles, ich bin doch noch der Gleiche. Und was ist jetzt plötzlich anders? Das ist eingeflossen in den Film und dieser Eintritt in diesen Orbit, wo man wieder aufwacht und sich wieder synchronisiert mit dem, was hier ist. Und vor allen Dingen, was ich auch noch als Kind das erste Mal, dass ich das bewusst wahrgenommen habe, war, ich habe mich von oben liegen gesehen und meine Eltern haben sich über mich gebeugt, ich konnte mein Gesicht nicht mehr erkennen und es hat gerauscht in meinen Ohren wie Sprudelwasser. Und ich weiß noch, dass ich aufgewacht und meine Eltern gefragt habe, ob sie mir was zu trinken gegeben haben. Ich weiß noch, das Blick meiner Mutter, die nicht damit wusste, was ich meine, aber ich kenne dieses Geräusch noch, das klingt, wie wenn man Sprudelwasser an die Ohren hält. Und das taucht hier drin auch auf. Das Stroboskop-Ding, ich habe nie auf Stroboskop angesprochen, ich war in der Klinik, wurde untersucht, dann kriegt man diese Flashes, um das zu induzieren und dann Tests zu machen. Das hat bei mir nicht angeschlagen und manche Epileptiker schlagen darauf an, manche nicht und das ist einfach eine ernstzunehmende, faire Warnung. Letzte Frage, ich habe gelesen, das soll der erste Teil einer Trilogie sein. Wie geht es weiter? Dann kommt der zweite. Ah, gut, wunderbar. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Genau, haben Sie Fragen, dann geben Sie ein Zeichen und ich komme zu Ihnen. Ja, zunächst mal, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch deswegen, weil ich oft gedacht habe, okay, ich weiß jetzt, was da kommt oder bitte lass nicht das und das passieren und ich wurde jedes Mal wieder überrascht und der Film hat Wendungen genommen, die ich zu keinem Zeitpunkt erwartet habe, was ich meinem Film jedes Mal sehr, sehr gut finde. Ist weniger eine Frage, also mir ist aufgefallen, dass bei der Hauptdarstellerin auf dem Nachttisch eine IT-Figur steht. War das mit Absicht? Ja, also wie ihr habt jetzt auf einmal erzählt, wie der Film entstanden ist. Jeder hat mitgebracht, was er noch hatte. Das waren Figuren, die bei mir umgeflogen sind. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich ja gesagt, haben Leute das mit IT verglichen und dann war mir das auch bewusst und das ist eigentlich mehr so eine kleine Seitennote oder so. Also es ist, was ich gesagt habe, diese Seelenverwandtschaft ist da, ich sehe auch diese Augen, dieses Kindchenschema ist auch bei IT, dieser Nacken, dieser dünnen Finger und das war eher so ein Hommage vielleicht, würde ich mal sagen. Hat nicht so die Bedeutung, die man vielleicht dem beimisst. Weitere Fragen oder auch Kommentare oder Deutungen? Also erstmal vielen Dank für den Mut, sage ich mal, bei dem Film wirklich alles zu geben, gerade was das Sounddesign angeht, das ist wirklich hervorragend und ich meine jetzt vor allen Dingen die ruhigen Szenen. Da ist auch gleich meine erste Frage. Wenn sie das erste Mal runterläuft, kurz bevor sie ihn sieht, unten in der Küche, wird es ja sehr, sehr leise. Wie tief ging dieser LFE-Kanal? Weil das war ja wirklich schon fast kriminell und dann auch einen vielen, vielen Dank, dass es nicht so kriminell krass war wie in dem Gaspar Noé-Film, weil der hat wirklich physikalisch richtige, richtige, schlimme Sachen angerichtet mit meinem Magen. Welchen meinst du? Nee, nee, mit der Bellucci. Ah, irreversibel, was du meinst. Ja, genau. Und da sind ja auch die subsonischen Sachen extrem krass, sodass sich da der Magen umdreht. Das war hier zum Glück nicht ganz so krass. Gut, aber das ist auch eine Sache, die hängt von denen, das ist jetzt Tech Talk, ich weiß nicht, ob das, wie es tatsächlich da gehen soll. Also natürlich sind Bassfrequenzen, sind so, das sind so, also es ist einfach eine Leidenschaft von, glaube ich, von vielen Filmemachern, das ist, weil plötzlich fängt man als Zuschauer das physisch zu spüren. Und was habe ich ausprobiert habe in dem Film, weil ich es noch nie gesehen habe, waren isochromatische und binaurale Sounds, die wenigsten, weil ich werden das kennen, das kommt aus der Neurowissenschaft, das ist die Technik, dass man in ein Ohr eine andere Frequenz als das linke Ohr, das rechte Ohr eine andere Frequenz als das linke Ohr setzt. Also man deswegen hier 100 MHz, hier links 104 leicht versetztes Hirn versucht das auszugleichen und man gerät in meditativen Zustand. Und das habe ich ausprobiert. Das betrifft aber das heißt eher die leisen Frequenzen. Man hört, das ist alles versteckt. Das ist eigentlich in einem Frequenzbereich, den man nicht wirklich bewusst wahrnimmt. Und wie tief der Kanal gegangen ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass ich habe meinen Mischer ist ein ehemaliger Punkmusiker gewesen, der mir geholfen hat, die Sounds nochmal runter zu transponieren, dass wir den kompletten Frequenzbereich abdecken. So und das ist, da gibt es kein Konzept und warum, wieso, weil ich liebe das einfach. Das ist wie wenn ein Maler ein bestimmtes Pigment einfach leuchtend findet und dann benutzt und so geht es mit dem Sound auch. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Aber freut mich, dass das Gaspar Noé ist, einer meiner allergrößten Vorbilder. Ich wünschte, ich hätte ihn noch übertroffen. Die Elternfiguren sind relativ jung besetzt und es ist ganz klar, dieser Split zwischen der Konservatismus und dem Eskapismus von dem Jüngeren. Können Sie einfach was dazu sagen, diese Elemente? Warum die so jung sind? Und warum das so der Fingerzeig da war? Der Fingerzeig? Naja, also ich, mir war wichtig, dass niemand im Film böse ist. Dass niemand, dass ich nie, das ist die Schuld von dieser Person, weil er böse ist. Sondern ich sehe eigentlich das Drama und den Konflikt daran, dass sie hilflos sind, dass sie nicht wissen, dass sie denken, dass sie das, was sie machen, richtig ist. Aber es ist nicht das Richtige. Also ich würde, meine Tochter, wenn sie sowas hätte, würde sie erst mal in den Arm nehmen und erst mal zuhören, und nicht sagen, ja, das reden wir. Also ich habe zum Beispiel, wie habe ich mit den Schauspielern darüber unterhalten, was sie mit den beiden Eltern, was sie für einen Beruf haben. Und ich habe ihnen gesagt, sie sind Neurolink, NLP-Coaches, die den Mensch einfach auf einer sehr nüchternen und präzisen Art versuchen, in den Griff zu kriegen. Und aus dieser Warte heraus ist es auch verständlich, die denken, dass sie was Gutes tun. Sie denken, wir haben es auch proaktiv genannt. Sie sagen, wir tun so etwas ganz Normales und sie macht das auch wirklich toll und wir gehen auch ganz offen damit um. Aber dadurch extrem unsensibel sind und dann eigentlich ihr mit was, dass genau das Falsche tun. Aber ich wollte kein Fingerzeig machen. Ich wollte nicht sagen, dass Eltern böse sind oder dass diese Art von Eltern schlecht sind. Oder so. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht nur die Eltern sind. Das ist einfach ihre eigene, sie leidet eigentlich eher daran, dass sie denkt, dass sie nicht perfekt ist. Nicht mal unbedingt ihren Eltern gegenüber, sondern vielleicht auch den Klassenkameraden gegenüber. Und auch der Psychologe ist ja nicht wirklich böse. Er sagt ja, er ist aber auch nicht wirklich derjenige, der ihr helfen kann. Ich wollte fragen, ob das Gedicht eine bestimmte Rolle spielte. Das tut es. William Blake ist mein Aller. Also wir haben es von Kubrick, wir haben es von David Lynch, Gaspar Noé, von Füßli, aber ganz oben ist also unerreicht für mich William Blake. Und ich habe gerade vorhin erzählt, ich habe die bei einem Festival in London, als der Film lief, war ich zum ersten Mal, konnte ich die Originale in der Tate Gallery sehen und meine Tochter war dabei und hat dann irgendwann, ich bin eigentlich, habe mich im Griff so, aber in der Sekunde meinte sie zu mir, Papa, heulen die so rum. Das ist peinlich. Ich weiß nicht, warum mir ist da einfach der erste, der sämtliche Dämme gebrochen. William Blake ist für mich ein Meister. Der Text taucht nicht nur, auch der taucht zweimal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, der Song, den habe ich auch selber produziert, der Wilson Gonzalez mit den ledernen Haaren am Pool performt. Das sind die gleichen Lyrics, die in so einem Punk-Neuss-Art wiedergegeben werden. Ich habe das, schleppe das Buch rum, das sind seine gesammelten Werke und ist so umfangreich, auch weil ich der englischen Sprache nicht so mächtig bin und ich habe gesagt, wie lange ich brauche, Sachen zu lesen, bin ich bis jetzt noch nicht durch und bleibe lange hängen an Absätzen. Und ich habe nicht bewusst gesucht nach einem Gedicht. Ich habe das eigentlich Buch aufgeschlagen und das klingt kitschig, aber es wirkte das erste hat gepasst. Birth of a Shadow passt ja auch irgendwo. Die Geschichte dazu zu dieser Szene ist, dass sich Kim Gordon, ich weiß nicht, manche kennen sie, viele kennen sie, manche kennen sie nicht. Es ist eine Ikone aus der neue Scrunch-Punk-Ära der 90er mit Kurt Cobain und Nirvana zusammenfiel. Die Frontfrau von Sonic Youth habe ich kennengelernt drei, vier, fünf Wochen vor Drehbeginn und wir haben uns, ich fand sie toll und wir wurden vorgestellt und wir wollten mit miteinander arbeiten und ich hatte zu dem Zeitpunkt den Film eigentlich schon besetzt. Vor allen Dingen waren es ja Teenager, es gab keine Rolle für sie und die Eltern mussten Deutsch sein, es hat keinen Sinn gemacht mit der englischsprachigen Mutter zu arbeiten, ich wollte sie auf keinen Fall synchronisieren, es gab aber noch einen Bio-Lehrer und den habe ich dann, der noch nicht besetzt war, den ich dann ganz schnell zu einer Englischlehrerin umgetauft habe und dann William Blake unterbringen konnte. Ja, super Knaller, erstmal vielen Dank für den Film. Was mich extrem interessiert, du hast einen ganz tollen Cast gehabt, also die Girls fand ich sehr, sehr echt. Wie lange hast du danach gesucht? Sind das echte Schauspieler gewesen? Wie war die Arbeit mit den jungen Darstellern? Caro, vor allem, der strahlende Stern für mich ist in dem Film, ist mir ganz unspektakulär beim Casting vorgestellt worden und ich habe zu dem Zeitpunkt festgestellt, dass es heutzutage extrem viele gute Schauspieler und Schauspielerinnen gibt in dem Alter, das war früher noch anders, finde ich. Ich glaube, das liegt daran, dass sie gelernt haben, über dieses verwerfliche Selfie und YouTube und so weiter, sich trotzdem irgendwie gelernt haben, sich zu eröffnen und einen spielerischen Umgang mit der eigenen Darstellung zu haben, was die Amis schon oder die Amis und Franzosen schon längst eigentlich praktizieren. Aber es gab keine Schauspielerin, die so echt und authentisch mit einer Gummipuppe spielen konnte. Das ist für den Zuschauer nicht so wirklich einleuchtend vielleicht, aber wer die Technik des Schauspielens kennt, weiß, die Amis sagen, Acting ist Reacting. Man reagiert eigentlich nur als Schauspieler auf das, was vom Partner kommt und der Partner reagiert auf das, was von seinem Partner kommt. Und da entsteht das Spiel. Wenn du eine Puppe hast, die flankiert ist von fünf, sechs schwarz angezogenen Puppenspielern, die versuchen, die Luft anzuhalten und irgendwie einer hat den Arm im Ohr vom anderen und das sieht alles nach allem anderen aus als nach einem Monster und es kommt vor allem nichts zurück. Und sie war, und viele kamen beim Casting und haben dann in dieses kreischende Horror-Genre-artige Spiel, haben sie versteckt und schreiend rumgerannt. Das hat mich aber nicht interessiert und sie war die Einzige, die eine ernste Auseinandersetzung mit dem sich da geöffnet hat. Sie ist wahnsinnig intelligent. Die Arbeit, meine Arbeit am Film mit Schauspielern ist eigentlich extrem unspektakulär. Also ich arbeite, ich behaupte eigentlich nicht zu arbeiten mit denen. Ich sage denen eigentlich nicht wirklich irgendwie was. Ich sage denen ganz grob, die Welt ist für dich in Ordnung, wenn die Szene so und so endet. Schau, wie du da hinkommst. Und dann beobachte ich das und schaue, wo ich die Kamera hinstelle, dass ich das möglichst alles sehe. Das gilt für alle eigentlich. Der Psychiater zum Beispiel hat sich sehr streng an den Text gehalten. Die Eltern haben viel improvisiert. Nur die dunklehäutige, ist eine Freundin von mir, hat auch viel improvisiert. Caro hat sich eher an den Text gehalten. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das die Frage du bist im Anwalt. Ja, es ist gar nicht eine Frage. Wir wollten nur ein paar Gedanken loswerden. Also ich fand es auch sehr schön, dass die Figuren nicht so schwarz-weiß sind, sondern alle verständlich und alle auch sympathisch. Und man versteht das ja auch. Also ich habe auch Kinder und ich kenne das auch, dass man dann eben genau weiß, das ist jetzt verkehrt, aber man dreht einfach inhaltlich durch, dass es mit dem Kind nicht alles in Ordnung ist und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und will dann nur alles wieder gut haben oder so. Also ich kann so alle Züge so ein bisschen nachvollziehen, finde ich. Also ich finde die sehr, sehr gelungen und ohne dass einer der Böse ist. Ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, ich warte jetzt, dass jetzt, ob jetzt noch was kommt, so ein Problem, das überwinden muss und für das eben dieses Wesen steht und es kam immer nicht. Und ich fand es aber schön, weil ich finde, Naja, finde ich auch. Weil erstens, man kann natürlich viel reininterpretieren, aber ich finde, es ist auch so, es zeigt auch so ein bisschen, wie man mit einem Problem umgeht einfach und darauf kommt es dann eher an. Also sie macht ja auch verschiedene Phasen durch, was auch Menschen durchmachen, wenn sie eine Todesdiagnose zum Beispiel kriegen bei einer Krankheit oder es gibt ja so verschiedene Phasen. Also das ist jetzt natürlich ein sehr harter Punkt, aber wie Menschen mit Problemen umgehen und ich finde, das macht sie auch, ohne dass ich das so analytisch bewusst wahrgenommen habe und das steht auch für vieles, auch weil sie, finde ich, am Anfang sagt, das ist eklig, weil ja alles so schön sein müssen. Und für alles, was man eben nicht an sich akzeptiert, dass man das irgendwann akzeptiert. Und es ist ja nicht so ganz aufgelöst, ob sie jetzt nicht doch wieder aufwacht und das alles nur eine Vorstellung war. Natürlich nicht, das habe ich ja gesagt, das war mir wichtig, dass der Deckel da nicht zugemacht wird. So funktioniert ein Kunstwerk. Also warum die Mona Lisa, wenn wir wissen würden, warum die Mona Lisa so lächelt, ohne dass ich mich jetzt mit Da Vinci auch irgendwie in Verbindung bringen möchte. Aber dann wäre der Glanz weg des Bildes. auch nur eine Auftragsarbeit. Und am Anfang fängt es so ein bisschen an, als wäre es ein Horrortrip quasi durch Drogen. Ist das auch extra oder ist das nur, weil die ja gezeigt werden mit Konsumierung von... Naja, es ist, all das sind alles so Angebote, wie man sich das erklären kann. Es ist nicht mehr, nicht weniger als diese, was ich gesagt habe, mit Bulimie. Das ist eine Möglichkeit. Drogenindizierte Psychose kann man gerne so sehen. Wäre für mich wahrscheinlich die langweiligste Erklärung für das Ganze. Zum Beginn sozusagen. Kann man das erst mal so annehmen und dann entwickelt es sich ja auch anders. Und ja, ich wollte nur wegen dem, wegen der Figur ist mir noch aufgefallen, also ich finde ja auch, dass wenn Menschen älter werden, dann wird man ja auch wieder ein bisschen runder und nimmt wieder so impunale Züge an oder also ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dem... Wenn man runder wird. Nein, also ich meine vom Rücken, von der Anatomie wird man ja wieder so ein bisschen eingestauchter, kleiner. Naja, vor allem Neugeborene sehen aus wie ganz Alte. Vielleicht, ich weiß nicht, wer Kinder hat, also ganz frisch geborene Kinder sind ganz falsich und so süß sie auch sind, aber so sehr erinnern sie an ganz alte Menschen. Weil sie den Speck noch nicht haben. Weil sie den Speck noch nicht haben und ganz alte Menschen werden auch wieder wie Kinder. Ja, genau. Das war für mich eigentlich eher so der Gedanke, wenn das Leben im Kreis ist, wie, 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 was ist dann an der Nahtstelle, wenn du alt und jung verbindest? Und es hat sowas, wenn es ein Alien ist, hat sowas, kriegst du eine weise Komponente. Ja. Ja, mir war wichtig, dass es nichts, auch wie, auch das Monster nichts Opferhaftes hat, sondern auch, ich finde, auch wie es im Auto fährt, hat es eine gewisse Lässigkeit. Das ist eine wichtige Frage. Jo, ich muss das vorneweg schicken. Ich habe vor ein paar Tagen Artikel gelesen über die Entstehung des Films und der sprach mir so aus der Seele, dass ich innerlich gedacht habe, oh Herr, lass diesen Film einfach gut sein. Und ich muss sagen, nachdem ich es gesehen habe, das ist verdammt nochmal das Beste, was ich an deutschem Film seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und ich bin total happy. Aber ich wollte nochmal in der Runde rumbohren, wie viel physischen Schmerz muss man aushalten, wenn man mit einem solchen Drehbuch, wenn man das in die Hände eines, sag mal, ausgebildeten Dramaturgen gibt. Tut das weh? Ja, das ist, es tut nicht weh, es ist eher so, mir ging es dann eher so, wie der Mädel, wo ich so denke, das ist doch gut. Das ist doch, wie könnt ihr sagen, das ist schlecht, das lebe ich in einem anderen parallelen Universum. Seht ihr denn nicht, was ich sehe? Das ist doch, es ist, ich möchte es auch nicht so glorifizieren oder so. Ich meine, als Künstler hat man niemals, man hat nicht, man hat nicht ein Deal eingegangen, wie ein Mietvertrag, wo man, wo das zusteht. Es ist nicht so, dass ich mir als Künstler, dass mir Geld zusteht. So, ich finde, in dem Moment, wo man anfängt als Künstler zu sagen, das steht mir zu, es gibt eine Förderung, ihr seid Idioten, das ist nicht verstanden. Und deswegen mache ich den Film nicht, dann ist man auch, dann muss man, glaube ich, auch nicht wirklich anfangen. Also ich habe nie, wollte nie rumjammern, ich wollte mir auch nicht, du hast mich gefragt, worüber wir nicht reden sollten, dann habe ich gesagt, ich bitte nicht über Produzenten oder Namen, weil ich will nicht zu denen gehören, die über die Filmbranche schimpfen und über die Idioten, die es alles nicht verstehen. Ich habe meine Erklärung, warum die Dinge sind, wie sie sind, aber das ist auch nur meine Erklärung, warum Filme in Deutschland so sind, wie sie sind und ich finde, es liegt letztendlich an jedem Künstler selber und jedem Regisseur, einen Film so zu machen. Deswegen physischer Schmerz, das ist letzten Endes, da kam viel zusammen. Also das war, das war, und ich meine, das war die, es ist letzten Endes die eigene Dummheit. Ich meine, es gibt Filmemacher, David Lynch zum Beispiel, lebt bestimmt, ich war nicht bei ihm, aber ich weiß, dass er in einem großen, tollen Haus lebt und er macht sehr sperrige Arbeiten. Also es ist nicht so, dass die Welt keinen Platz für Künstler hat. Man muss halt seinen Weg finden irgendwie. Und manche verstehen es früher und ich hatte den Film auch früher machen können. Ich musste nicht erst warten, bis mein LKW abgestochen ist, sondern ich habe es halt so lange rausgezögt und dachte, ich kriege es noch irgendwie hin, bis ich gemerkt habe, nee, es gibt kein Zurück mehr. Alle Brücken sind weg, es gibt nur noch den einen Weg und wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Der, finde ich, auch hier funktioniert, meiner Meinung nach. Ich habe das nicht verstanden. Christopher Vogler, Joseph Campbell, die ganzen Choroffeien. Es ist eine ganz, 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 ganz klassische Geschichte eigentlich, meiner Meinung nach. In der Dreieaktestruktur. Ja, in der Dreieaktestruktur. Naja, man muss sich Folgendes vorstellen, das Film kostet wahnsinnig viel Geld. Es ist nicht wie ein Maler, der eine Leinwand aufspannt und einfach anfängt und wenn es nicht gut geworden ist, hat es niemand gesehen und malt einfach drüber. Das ist einfach viel, 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 viel Geld. Und viel, viel Menschen, ich habe jetzt inzwischen verstehe, dass auch wenn ich Architekt wäre und ich würde ein Haus in Auftrag geben und ich möchte runde Fenster und mein Architekt sagt, nee, da machen wir eckige Fenster rein. Sag ich, nee, da ist mein Geld, da machen die, machen wir runde Fenster rein. Und so sehe ich das eben, auch wenn es nicht das eigene Geld ist von einem Redakteur oder von einem Verleiher, aber er verwaltet das Geld. Und er hat auch natürlich, es ist nie kein, kein Verleiher hat den Projekt, seinen Job angefangen, um einfach nur irgendwelche Unterschriften drunter zu setzen und dann irgendwann zu einer Premiere eingeladen zu werden. Jeder will dabei sein. Jeder will in irgendeiner Form Teil dieses Prozesses sein. Und oftmals ist es halt so, dass diese Instanzen nicht diejenigen sind, für die man den Film macht. Die, 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 die ausgelagert sind. Der Zuschauer dort. Der will das sehen und der will das nicht sehen. Der größte Streit war immer, wenn es anfing mit der Zuschauer, aber dann war meine Standardfrage, wie sieht er denn aus? Was hört er für Musik? Was fällt er für ein Auto? Wo wohnt er denn genau? Also, weißt du den Namen von ihm? Wenn er all das nicht weißt, woher weißt du denn, was er denn sehen will? Also, das ist ja noch spezieller. Und das sind einfach so abstrakte Überlegungen und ich finde, Film funktioniert so nicht. Also, man kann das nicht so konzipieren. Kann man schon, aber das sind dann Filme, auch die, naja, die halt dann halt so konzipiert sind. Das hat dann mit dem nichts zu tun. Gut. Hallo erst mal. Ich würde gerne das Spannungsfeld zwischen Soundkulisse und Musikauswahl hinterfragen. Du hast gerade geschildert, wie viel Energie du reingesteckt hast in Frequenzmodulation und dergleichen und gleichzeitig beschreibst du, dass du die Musik nur als Instrument benutzt, um die Stimmung, die Atmosphäre zu transportieren, als Tapete, hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob du selbst elektronische Musik hörst. Die Welt, diese Clubwelt. Ja, diese Clubwelt. Ich weiß nicht, ob du selbst elektronische Musik hörst, aber mich hat es verwundert, dass du so einen Oldschool-Techno-Stil ausgewählt hast. Also, es hätte auch, was weiß ich, Jungle oder Gabba gegeben, was genauso monoton gewesen wäre, um das zu transportieren. Na, Oldschool, ich meine, Boys Noise ist nicht Oldschool. Boys Noise ist auf der Höhe von Skrillex und Tiesto und Diplo. Das ist für dich, also, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Dass das Boys Noise Atari ist tatsächlich 90er Jahre. CX Ketronic, der Track, der kommt in die, wenn sie runter in den Club geht, ihren Ausschlag sieht. Das ist ein Remix von Atari. Kim Gordon, der letzte Song, ist ja auch kein Techno, das ist ja eher, ich weiß nicht, was es ist, das ist ein Freund von mir, den Song produziert. Neues, ja, neues Punk, irgendwie sowas. Ist auch eher Oldschoolig, das gebe ich, gebe ich, gebe ich, gebe ich dir recht. Der Track, den ich produziert habe und auch CX, würde ich tatsächlich eher was, also Gabba ist auch, wenn du sagst, warum hast du nicht was Modernes wie Gabba genommen, Gabba ist, wann war Gabba, Ende der, Anfang der 90er, Ende der 80er oder so. Ja, also, das ist dann persönlichen Geschmack, so, das ist, das ist, das ist, also Boys Noise oder, oder, das ist schon ein Puls, den man, der, 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 der heute gehört wird. Ich meine, ich würde nicht behaupten, dass Teenager heute, es ist Teenager heute Techno hören. Techno kommt zurück im großen Stil, Hip-Hop ist vorbei, Hip-Hopper gehen, versuchen eine Fusion über EDM mit, mit, mit Techno einzugehen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Techno ist eher ein, eher ein ritualhafter, transartiger Tanz, während Hip-Hop ein Balztanz ist, meiner Meinung nach. Oh, stimmt. Ja, ein Puls, ohne es zu wehren, ich mag, ich mag, ich höre eher Hip-Hop, als ich Techno, bei mir ist in der Tracklist wenig so, aber, ich habe nochmal die, ich bin ganz entschuldig, ich habe die Frage nicht verstanden. Uns dann aber so auf Versage und so alte Musik nehmen, oder? Ja, dann tut es mir leid. Okay, erst mal danke für den Film und, zwei kurze Fragen, also, ich hatte das Gefühl beim Schauen, dass es teilweise auch Referenzen zu Drive hatte, ja, von William Raffin und das hat man halt zum einen gesehen, dass es irgendwie ego-driven war, also die Charaktere, die man noch zusätzlich zum Protagonisten hatte, hatten ja lediglich die Funktion, den Protagonisten zu beschreiben und nicht irgendwie einen eigenständigen Charakter, meines Empfindens nach, und auch ein bisschen mit einem Fahrspiel, also, dass dann hier nur eine Ja- oder Nein-Frage, war ein Einfluss von Drive, dabei, oder war da keins? Nee, weil Drive dann, wann kam Drive raus? Ich glaube, 2012 oder 13. Nee, auch Spring Breakers nicht, Spring Breakers kamen, auch Raven & Mädels im Bikini auf Pille, war, habe ich danach gesehen, Drive, Drive hat, weiß auch, ich weiß auch gar nicht, es hat natürlich, ich glaube nicht, und selbst, diese erste Idee, die ich hatte, als ich euch erzählt, ich habe diese Figur gebaut, diese Skizzen gehabt, und der erste Moment, wo ich dachte, ich mache ein bewegtes Bild daraus, das war, Mädchen, was fährt mit dem Auto, mit dem Dämon, und das war auch in dem Gefühl, was ich erst später gesehen habe, in den Lynch-Filmen, wo ständig dieses Lost Highway Gefühl, nachts Scheinwerferlicht, man sieht gerade mal 10 Meter weit, da liegen, glaube ich, eher die Wurzeln, oder in Cronberg Crash, oder irgendwie so, glaube ich, Drive ist auch eher clean, Drive ist auch eher, mir fällt auch auf, dass Niklas Winding-Reff einen extremen Blick auf Jungs hat, Frauen tauchen nicht wirklich auf, ich glaube, Neondemon wird das anscheinend anders sein, das ist bei mir genau andersrum, also Testosteron taucht nicht wirklich auf, in dem Sinne. Das passt eigentlich ganz gut zu meiner zweiten Frage, warum eigentlich dann ein junges Mädchen, warum nicht eine ältere Frau, oder ein Junge im selben Alter, wie das Mädchen, ist dann einfacher, die Handlungen zu erzählen, oder hast du da einfach eine Vorliebe? Ich glaube, also es ist jetzt nicht irgendwie beleidigend? Nein, 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 habe ich auch nicht so verstanden, Ne, also ich glaube tatsächlich, dass der Film, das Gefühl des Films, ich finde, das Mädchen Tina Karo Gensko, die Schauspielerin, fasst es am besten zusammen, den ganzen Film, und die Quintessenz dieses Films, in dem Gespräch mit der Englischlehrerin, wo sie gefragt wird, wie sie das interpretiert, und sie sagt, es ist vielleicht ein Gefühl, was keinen Namen hat. und das Gefühl, glaube ich, könnte jeder Mensch kennen, ungeachtet des Alters, des Geschlechtes, des sozialen Status ist. Wie gesagt, mein erster Gedanke war, ein Mädchen im Auto, da habe ich, das war einfach, wie ich es gesagt habe, diese Telefonskitzene, die sind plötzlich da, findet man spannend, dem geht man nach, wahrscheinlich, ich kann es auch nur vermuten, weil es ein archetypisches Bild ist, Gere und das Biest, das größte Gegenteil von einem hässlichen alten Wurzelzwerg mit Adern und Haaren ist natürlich ein hübsches, junges Mädchen. Ich glaube, wenn ich jetzt mir die Frage stellen würde, ob ich den Film jetzt rückblickend nochmal machen würde mit einem Junge, würde ich das nicht machen wollen, weil ich glaube, das wäre tatsächlich zu nah an mir dran. Ich glaube, das ist wirklich eher so, und ich mag es wahnsinnig gern, mit Frauen zu arbeiten. Das ist irgendwie leicht, es macht Spaß, es ist irgendwie, ich mag starke Frauenfiguren und ich finde sie eine starke Frauenfigur, ich finde es bemerkenswert, dass sie mit so jungen Alter der Gefahr nicht wegläuft, sondern sich dem stellt. Es gibt eine Plattform, die heißt Slut Ever, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die war mir neu, ist wohl sehr, sehr populär in Amerika, ist eine feministische Plattform, die den Film als ein feministisches Manifest feiert. Und ich habe das auch nur gelesen und mich hat es gefreut, dass sie sich nicht das gewertet haben, weil es von einem Mann gemacht worden ist, weil ich habe da nie hinterm Berg gehalten, Akis kannst du nachgucken, ich bin ein Mann. Und da hätte man das leicht, als einen männlichen Blick auf Frauen, der kann ja nichts werden, sondern die haben gesagt, das ist eine Frau, die sich dem Problem stellt und nicht wegrennt. Und in diesem Genre kennst du eigentlich nur Frauen, die kreischen bis zum Ende wegrennen, es werden immer weniger, und am Ende haut sie mit dem Staubsauger oder irgendwas das Ding tot, mehr oder weniger aus Versehen und der Film ist zu Ende. Und sie reagiert, die Kleine reagiert eigentlich so, wie wir alle reagieren würden in dem ersten Moment, wir würden erschrecken und ab dem Moment nähert sie sich dem Wesen von jedem möglichen Winkel und stellt sich dem Problem. Und das sehe ich selten und ich langweile mich wahnsinnig schnell bei anderen Sachen und ich mache gerne Sachen, die ich selber noch nicht so oft gesehen habe, ohne mich jetzt als Fahnträger des Feminismus zu betrachten. Ich trage niemand seine Fahne, das muss jeder selber tragen. Ich gehe meinen eigenen Weg, aber mich interessiert es einfach, weil ich es nicht so oft gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, das ist die Erklärung dafür. Auch vielen Dank für den Film. Erstmal noch auch danke, dass du so offen darüber erzählst, dass du unter diesen Bedingungen diesen Film über so viele Jahre mit so viel Biss durchgezogen hast. Also das gibt einem das Gefühl, dass man alles schaffen kann. Ja, und ich kann es nicht aber warten. Also danke dafür. Es ist nicht so schwer, wie es klingt. Das muss man einfach nur machen. Ja, also vielen Dank nochmal dafür. Und also auch so eine zweigeteilte Frage. Stand es schon fest, dass du Boys Knows und Alec Empire für den Soundtrack so intensiv mit mehreren Liedern einbaust. und die zweite Frage gleich darauf sind, du hast ja gezählt, dass du viele Drehbuchänderungen kurzfristig gemacht hast, noch kurz davor. Hast du auch teilweise improvisiert bei den Dreharbeiten oder Improvisationen zugelassen? Weil zum Beispiel der Wilson Gonzalez hatte, glaube ich, einen Beinbruch oder so einen Gips am Anfang und solche Sachen. meine Treppe runtergeflogen ist eine Woche vor Drehbuch. Also es war dann gezwungene Improvisation. Ja, okay. Alles klar. Hat aber dann auch gepasst, weil er irgendwas Mobides hatte eben. Also die erste Frage war nochmal. Ja, okay. Also Alec ist ein Freund von mir. Atari Teenager, der Kopf von Atari Teenager, den ich super fand. Der sollte zuerst den Score machen. Hat auch den Score des Trailers gemacht, des Teasers. Dann ist seine Platte rausgekommen und er konnte den Film nicht mehr machen. Aber der Soundeindruck, den finde ich schon ziemlich gut. Für mich ist das IG Pop auf elektronisch, auf Deutsch irgendwie so ein bisschen. Und Boys Noise kannte ich nicht. Wie ich darauf gestoßen bin, weiß ich nicht. Es war ein Freund von... Ich bin rangekommen über Wilson, der wiederum mit Alex Rüder, der Boys Noise ist, bekannt ist. Und ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Hat da was geklingelt? Ein Glas. Ein Glas. Dass das Management gesagt hat, nee, die Tracks, die gehen gerade, der kriegt für einen Abend 50.000 Euro. Die können jetzt nicht, aber die Tracks so umsonst geben. Und dann hat Alex, also Boys Noise selber gesagt, nee, nee, ich will, dass mein Zeug da drin ist in dem Film. Und das hat, für mich hat es gepasst. Er mochte diesen Track, den ich verwendet habe, nicht so. Es sind zwei Tracks, den ersten mochte er gar nicht. Er sagt, das ist ein altes Ding, nimm doch was anderes. Ich fand aber dieses primitive, stupide, four on the floor irgendwie, fand ich passend. Die zweite Frage war noch mal was? Improvisiert. Hatte ich eigentlich schon darauf geantwortet? Es gibt ein paar Schauspieler, die das improvisiert haben und andere, die sich sklavisch an den Text gehalten haben. Bevor wir jetzt noch weitere Wiederholungen kriegen, breche ich an dieser Stelle brutal an. Nein, ich habe noch eine Frage. Lass mich, lass mich bitte, der Film könnte ja morgen aus den Kinos verschwinden. In Frankfurt läuft er heute noch einmal sehen. Er ist am Freitag aber in einem Technoambiente zu sehen und zwar in der Fabrik Kulturwerk Frankfurt. 22 Uhr am Freitag und wenn Sie es noch mal sehen wollen, da oder wenn Sie Bekannte haben, die da hingeschickt werden wollen, auch gerne. Und jetzt kannst du deine Frage dargestellt, oder? Genau, die wichtigste noch am Schluss, weil die Reihe heißt ja, was tut sich im deutschen Film und dieser Film wirkt so universell für mich, finde ich. Also das ist nicht nur ein deutscher Film, das ist ein europäischer, ein amerikanischer, das ist irgendwie alles dabei, finde ich. Wie schaust du auf den deutschen Film? Beobachtest du das? Wie würdest du das einschätzen? Verortest du dich da oder woanders? Ja, ich habe das Gefühl, mit mehreren Journalisten stellen wir die gleiche Frage. Vor allen Dingen werde ich auch gern mit in Genres in Verbindung gebracht. Ich habe nicht das Gefühl, ich kenne mich mit Genres überhaupt nicht aus, muss ich leider gestehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich einem Genre, dass ein Film einem Genre untergeordnet werden muss oder kann. Das ist kein Horrorfilm, auch kein klassisches Coming-of-Edge-Drama. Ich sehe aber tatsächlich, dass ich bin mir, aber ich bin, glaube ich, der Falsche, der die Frage beantworten kann, weil ich habe wirklich nur einen subjektiven Eindruck. Ich gucke mich um, 63 Grad sehe ich Künstler, Leute, die Filme machen und Sachen entstehen, wo ich das Gefühl habe, es ist wie eine, mir kommt es vor wie New Hollywood damals, diese Zeit. In den 60er Jahren, Easy Rider oder Dennis Hopper oder Scorsese im Kleinen, aber wenn ich mir überlege, wo wir angefangen haben und das darf jetzt nicht als Disrespekt verstanden werden, möchte ich euch wirklich bitten. Aber als ich angefangen habe, damals galt Sönke Wortmann und Detlef Puck als die neue, die Avantgarde im Prinzip. Und daran kann man, glaube ich, sehen, wo wir standen und was heute da ist, also wild ist, Victoria war ein toller Film, von Bunker habe ich gehört. Es gibt viele, viele, viele Filmemacher, die sich losgelöst haben von diesem klassischen, ich darf entweder eine Komödie machen oder einen Sozialtrauma machen. Wenn ich einen Sozialtrauma mache, dann darf ich mich entscheiden, entweder Vergangenheitsbewältigung, Ost-West- oder Nazi-Zeit oder aber heutzutage dann Migrationshintergrund oder Nazis im, wo auch immer. Und das ist, das ist meiner Meinung nach, das ist, ich, wenn ich nachts träume, wie mich hat es immer gewundert, wenn ich nachts morgens aufwache, habe ich mehr erlebt, als ich erlebe, wenn ich sieben Euro ausgebe für andere deutsche Filme, ohne die zu disrespektieren. Ich finde es eine Leistung, wie jeder, der es schafft, einen Film auf die Leinwand zu bringen, ist eine Leistung. Aber ich wünschte mir und ich habe auch wirklich dieses Gefühl, da tut sie wirklich was im deutschen Film. Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Wir sagen ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Film und diese tollen Eindrücke. Danke dir.